Ich werde der Erste sein, der ein Ewa hat. Nein. Nein. How dare. Ich bin der Erste, der ein Reh hat und dann reite ich. Ich muss gerade einen Berg hochklettern, das ist anstrengend. Da ist eins. Nein! Oh, ihr Schweine! Hab ich abgeworfen, was ist das? Ein Grey Dwarf. Oh Gott, da sind mehrere. Oh Gott. Oh, der macht mir elf Schar. Ihr Schweine. Oh, es ist wieder richtig rum. Oh, oh, oh. Oh, da ist noch einer. Du kannst Löwenzahn nicht auf Buche anwenden. Du kannst Löwenzahn nicht auf Boa anwenden. Da hat ein scheiß Zwer... Oh mein Gott, ich habe keine. Fucking Ausdauer mehr. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh Gott. Oh mein, oh mein. Ich hatte gerade voll den harten Kampf, während du da mit dem fucking E-Barum gespielt hast. Oh, umgespielt. Jetzt ist die Hirsche weg. Der Chat hat mein Screen umgedreht. Ich habe Krauzwergenauge bekommen. Scammed. Er hat gerade den Flop nochmal gemacht. Es hat auch kurz geflackert. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, ich hätte einen Flop gemacht. Ja, warum der das... Vielleicht dürfen die nicht so schnell hintereinander kommen. Ich bin fast tot. Oh, hier sind noch andere Blumen. Was sind das für Blumen? Karottensamen. Karottensamen? Karottensamen gefunden. Kann ich Karotten anbauen? Sehr gut, mach das. Einer muss sich ja ums Essen kümmern. War auch ekelhaft, dass ich das mache. Ich habe schon sehr viele Eber zerkloppt. Ich habe nur zwei rohes Fleisch. Ich habe drei Krauzwerge bekämpft. Ganz alleine. Hast du gut gemacht. Ja. Er ist fast gestorben. Hat ein HP. Oh. Aber warum findest du Krauzwerge und ich nicht? Weiß nicht. Ich will aber keine neuen davon finden, weil... Ich habe ein Stuff nach mir geworfen. Das war voll assen. Jetzt habe ich keinen Pilz mehr. Das war voll assen. Meine Ausdauer sackt, weil ich keinen Pilz in meinem Normsvorrat habe. Ich habe kein Fleisch mehr. Das ist mein Problem. Noch ein Fleisch. Wo ist... Ich glaube, wir müssen wir so langsam zurück, ne? Mhm. Ich trau dem jetzt nicht. Ich warte hin, Jun. No. Oh, ihr Penner. Oh, warum seid ihr so? Das sieht voll lustig aus, wenn man einen Berg runter rennt. Alleine, Mann, ihr Schweine. Ja, total lustig. Ah! Ihr Schweine! Was machst du denn mit den Schweinen? Nein. Ja, der Chat ist das Schwein. Ach so. Das ist nur Dennis. Ach so, und Reiner. Ah! Das ist ja nix mehr. Oh mein Gott, ihr wollt mich so foppen, Alter. Natürlich. Jetzt habt ihr doppelt invertiert. Das ist ja deine eigene Show. Okay, also die wollen keinen Löwenzahn. Vielleicht wollen sie Karotten. Das wäre irgendwie weird. Ich muss gucken. Aber ich habe ja nur die Samen. Ich habe keine Karotten. Habt ihr Flop jetzt so kaputt gemacht, dass es nicht mehr zurückgeht? Das ist schon sehr lange gefloppt. Ich glaube, ihr habt es kaputt gemacht. Ihr habt meinen Flop kaputt gemacht. Wie funktioniert die Axt besser als sie heute macht? Oh mein fucking Gott. Aua! Stop it! Da ist ein roter Stein. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ups. Äh. Als der Allvater Olin die Welt neinte, vergaß er weder die Wani noch die Riesen noch jene Kräfte, und wenn die noch älter als alle anderen waren. Die Größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeiten als Exzellenten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, dass alle niederen Kreaturen durch Mark und Bein gehen. Die sollten echt nach Hause. Ach. Da hinten ich sehe, Lou. Oh. Dem habe ich richtig gegeben, Alter. Nur ich ertrinke. Hörb stehen, du doofen euch. Ich werde ertrinken. Ich werde ertrinken. Wieso? Was machst du denn? Aua. 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 Okay, dann raus. Was ist mit diesen Graylingen? Ja, die laufen auf einen weird zu und dann gehen sie wieder. Hallo. Wieso ist mein Schatten eigentlich verschoben? Im Stream-Chat. Was ist denn da passiert? Hallo. Ich bin Schatten. Das ist nach Hause. Okay. Was ist das? Ah, ein Ast. Ich habe sehr viele Steine im Inventar. 44 von 50. Was hast du so erlebt? Ich habe Grauzwerge getötet und habe ein Auge von denen bekommen. Ich dachte, ich habe Grauzwerge getötet und ein Auge verloren. So richtig drastisch direkt. Erstmal alles reparieren. So. Da brät wer Fleisch. Ich glaube, wir brauchen mehr. Also, mehr Kochstationen. Ich habe ein Auge für Lou. Die Zwerge haben ein Auge für dich. Das Auge eines Grauzwergs. Versuche ein paar der Augen ins Feuer zu werfen. What? Mach es bitte jetzt nicht. I don't want it. Das ist jetzt schon dunkler geworden. Ich habe nicht... Oh. So, renne. Renne. Wie oft muss denn das? Eine Stufe muss das nur brauner werden, ne? Mhm. Perfekt. Aber Fackeln kann man nicht reparieren. Die ist irgendwann einfach... Oh Gott. Ich sitze. Das war jetzt on time. Ich drücke auf Reparieren. In der Chat invertiert einfach. Zerlumpte Hosen? Qualität, zerlumptes Hemd auf Stufe 2 verbessern. Benötigt die Stationsstufe 2. Ja, dafür brauchen wir erst diese, äh, ne? Diesen, diesen... Also, ich habe sieben Feuersteine. Hast du auch welche? Ein Feuerstein. Oh, wieso hast du denn so wenige? Der ist in der Kiste. Ich finde keine davon. Ich mache mir jetzt eine zerlumpte Hose. Wieso kannst du eine Hose bauen? So, ich eine Hose bauen kann. Oh, ich auch. Ich biete 48 Feuersteine. Die hat man ja einfach nur so im Inventar, ne? Ich glaube, du musst draufklicken. Rechtsklick. Ja. Und dann ausrüsten. Und dann hast du die an. Ja. Dann muss die Blaue im Inventar sein. Jetzt bin ich nackig. Wuh! Okay. Eingezogen. Schlafen. Yeah. Nice. Das ist so stylisch. Am Wasser gibt es Feuersteine. Du träumst von einem großen Baum, der die Nacht durchbricht und gegen den Himmel wächst. Die eine Hälfte seiner Äste steht in Flammen. Die andere besitzt grüne Blätter. Okay, das hatte ich nicht. Bequem 1 hatte ich. Ich hatte bequem 4. Weil du neben mir schläfst. Ja. Auch. Muss man eben die Nixenschwänze kochen. Das ist extrem amüsant. Was sind denn Nixenschwänze? Achso, davon habe ich ja keine abgekriegt. Richtig, richtig. Au, 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 au. Halber Kandelit Wundenflor. Halb. Wieso nicht? Guck mal, jetzt habe ich hier auch, ich habe jetzt richtig Essen hier. Ich habe 3 Nixenschwänze, ein gekochtes Fleisch. Willst du mir den Nixenschwanz abgeben? Will ich das? Wie droppe ich denn einen nur? Ein Nixenschwanz, bitte? Shift-Klick. Hier. Yeah. Nimm meinen Schwan... Oh, jetzt ist meine Leiste so viel höher. Damn. Damn. Komm, lass mal Feuerstein besorgen. Wo denn? Zum Wasser. Wie viel Gewicht? Ach, ich kann auch ganz viel tragen. Oh, ja. Hoia! Oh. Oh. Oh, Mann, ich will die doch zählen. Wie geht das? Oh, es gibt Schwanze. Ey, noch eine Wildschweintrophäe. Es gibt Schwanze. Ach, stimmt, die müssen wir aufhängen. Das gibt bestimmt irgendwie Bonus für unser Häuschen. Schlafen wir bestimmt besser. Wasser auf der Map sieht sehr weird aus. Sieht aus wie Berge. Ja, ne? Ich habe voll viel Ausdauer. What the fuck? Ja, wegen dem Essen. Weil du so geiles Essen im Magen hast. Ich habe Fleisch, Himbeeren und ein Pilz im Magen. Ja, ich habe zwei verschiedene Fleisch und eine Himbeere. Hier, da. Hier, guck. Du siehst Feuerstein aus. Ich habe jetzt 85 Wachsleben. Wie viel hast du? Oh, Feuerstein. Okay. Ja, welche Masse? So, jetzt haben wir schon genug. Ich habe elf. Let's go. Mehr. Ja, okay. Oh, ist das ein Fisch? Oh, ist eben Holz. Das ist ein Fisch. Ich will angeln. Ich will angeln. Das ist ein Fisch? Das ist ein Fisch. Ich will angeln. Why not? Gott, die Sonne, wie sie dem Wasser reflektiert. Das ist so hübsch. Ich habe aber Durst. Ich muss mir mal irgendwie... Da ist Wasser. Hier, halt Kopf rein. Danke. Danke dafür. Oh. Guck mal hier. Ich bin Spring Level 10. Da ist ein Bienennest. Oh. Nicht die Bienen hauen. Aber... Vielleicht haben die Honig. Ich will damit nichts zu tun haben. Hast du gesehen, das Bienennest? Nee. Hier. Der Baum ist so gut. Ah! Ah! Bienenkönigin! Bienenstock! Let's go! Ich bin vergiftet! Ich bin ins Wasser gefangen. Ich auch. Aber ich stinke immer noch. Das hat aufgehört. Du machst den Scheiß und ich leide. Also ich habe jetzt eine Bienenkönigin. Oh. Zwei Honigwaben und kann einen Bienenstock bauen. Wir können Bienen haben. Oh! Bienen! Ich bin hier der Mann, der hier die Sachen rausfülle, die du toll findest. Oh. So, wollen wir zurück und dann weiterbauen zum Upgraden? I guess. Yeah. Willst du ja einen Bienenstock haben. Ja! Boden abbauen geht genau wie, wenn das der Holzboden ist. Auch mit mittlerer Maustaste. Also so, wie du die anderen Sachen auch abbaust mit dem Hammer. Oh! Wie das immer stampft, wenn man hochrennt, ey. Da sind Rehe. Willst du die mögen Löwenzahn? Ich weiß nicht. Das ist umständlich, das zu benutzen, weil du musst das anklicken in deiner Hotbar und dabei das Tier angucken. Wo ist denn Rehe? Hier ist wieder ein Bienenstock. Warte, ich hol das eh. Ah, ich bin wieder vergift. Will einen Bienenstock haben. Ich krieche nicht. Oh, natürlich machst du das auch wieder auf eine Art und Weise, die du mich mittriffst. Verdammt. Ich krieg sie nicht. Muss kurz chillen. Oh Gott, die fucking Bäume sind immer überall wie. Ich seh nix. Warte, ich geh mal aufs Dach. Ja, wenn du zu nah drauf stehst. Was ist, wenn man Feuer benutzt? Oh, ist meine Facke kaputt. Oh Gott. Ich bin wieder trocken. Warte mal, ich stell mich mal höher. Und dann spring ich hier rauf. Und jetzt versuch ich die. Ah, nicht lecken jetzt. Fackel scheint nichts gebraucht zu haben. Jetzt hab ich's. Ich weiß nicht, ob wegbrennen was nützt, ob das voll egal ist. Ja, wenn du vergiftet bist, bist du halt vergiftet. Ich hab, glaub ich, keine... Doch, ich hab ne Bienenkönigin bekommen. Okay. Oh, Leute. Oh, da war ne Kiste. War da ne Kiste? Wo? Hallo, Bernstein. Moment, wo war die Kiste? Ach, hier hinter. Leute. Hier im Haus. Erstmal den Baum fällen. Da waren Pfeile und Bernstein drin. Baumfeld. Oh, gosh. Timber. Bernstein wertvoll steht da nur. Oh, jetzt mach ich so ein Doppel-HK hier. Zack. So. Bernstein. Ist das nicht nur einfach Baumharz lange liegen gelassen? Hm. Weil ich hab grad Baumharz aufgehoben. Anscheinend hab ich auch Bernstein dann theoretisch. Wow. Aber da steht nicht wertvoll. Oh nein, da war ein Refe. Ein Refe. Ein Re. Da war ein Refe. Fuck, hab ich gesagt. Ich glaub, da musst du dich anschleichen. Ja, ich hab das nämlich instant verscheucht, weil ich es zu spät gesehen hab. Oh. Nein, Re. Ich bin gar nicht da. Nein. Nein. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Du sagst dir das Spiel, als ich dann zu Hause ankam, weißt du? Oh. Oh Gott, Leck. Ja, manchmal hat das so ein Mini-Leck. Rechan. Rechan. Ich muss versuchen, ob du Löwenzahn magst. Oh, schleichst du. Oh, da war. Oh mein Gott. Ich überseh die immer. Blind. Jetzt hab ich keine Ausdauer mehr zum Schleichen. Nein, es hat sich in Luft aufgelöst. Ah ne, da ist es noch. Wieso ist es überall rot? Muss in der Nähe einer geeigneten Herstellungsstation platziert. Ach so. Brenne. Toll. Okay. Ich krieg so viel Schleichlevels. Tun die Bienen, wenn wir die züchten, uns auch vergiften? Oder können wir die in die Nähe des Hauses machen? Funktioniert das mit dem Löwenzahn? Du kannst Löwenzahn nicht auf dir anwenden. Auf dir? Auf dir. Oh, das ist man einfach noch. Okay. Kann ich mir irgendwas anderes geben? Naja, sonst hab ich nichts, was ich dir geben kann. Vielleicht gibt es noch mehr Blumen. Sag. Geh wieder. Oh fuck, ich parse gar. Ich parse die ganze Zeit. Ich habe jetzt schon Schleichen Stufe 6. Nur dadurch. Du bist so. Wo ich jetzt dir angeschlichen hab. Was machst du? Anjo, ich mach hier mehr Platz. Ich höre viel Platz. Kann ich hier meine Karöttchen einpflanzen? Äh, ich dachte, ich stehe jetzt die Bienen hier in die Nähe. Meine, meine Möhrchen. Möchtest du hier deine Möhrchen hin tun? Ja, hier so hier vorne. Und deine Bienchen können da hinten hin oder so? Ich hab nur drei Samen, also. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Aber das wird ja jetzt mehr. Vielleicht sollte ich meine Ho ausrüsten. Das ist bestimmt wichtig. Deine Ho. So, jetzt haben wir Bienen. Nice. Die Bienen sind glücklich. Die sind glücklich? Okay. Wenn du E drauf drückst, da steht da, die Bienen sind glücklich. Guck. Karottensamen auf was anwenden? Auf dem Boden. Aber ist das jetzt schon Gefahr am Boden? Da brauchen wir noch eine andere Hacke. Anscheinend ist es nicht, weil hier steht nur Karottensamen auf was anwenden? Und wie gießen wir das? Das ist auch eine gute Frage. Nächste Frage. Du fühlst dich nicht länger aus, Brot. Der ist ja Sätsch. Das ist ja direkt so ein fancy. Fancy Bienenstock bekommen direkt. Warum halt dieses Hacke-Ding? Hab ich schon. Achso, hast du schon? Können wir jetzt hier Spitzhacken oder so weiter bauen? Jetzt kann ich meine Hacke upgraden. Mein Hammer upgraden. Meine Steinachs upgraden. Jetzt muss ich aufpassen, welche ich upgrade, weil ich habe eine Axt und meine Hosen upgraden. Ich will nicht zwei Axte haben, ehrlich gesagt. Ja eben, eine Axt packe ich einfach in die Kiste. Oh, hast du noch zwei? Drei Lederschnipsel? Genau zwei habe ich tatsächlich. Dann kann ich auch mein Hemd upgraden. Ja, da liegt hinter dir. Feuerstein Axt ist ansichtbar ein bisschen besser. Aber wir haben nicht so viel Feuerstein gerade. Ich habe nur noch drei. Was ist das ein bisschen besser? Die Feuerstein Axt. Da habe ich gar nicht gesehen, dass die existiert. Muss ich erstmal Holz und Steine sammeln gehen, bitte. Ah ne, Steine habe ich noch. Holz muss ich sammeln gehen. Feuerstein Axt. Ach da. Ja, ich habe hier keinen Feuerstein. Oh, Hacke kann ich auch upgraden. Ja, Hacke habe ich auch geupgradet. Hemd upgrade. Mit dem Bogen könnten wir die Rehe töten. Ich will die doch zähmen. Keule, Keule braucht Knochenfragmente. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kann die Trophäe nicht auf Fan anwenden. Du musst bestimmt einen Trophäen-Stand bauen oder so. Ich kann die irgendwo aufhängen. Oh. Ich habe auch zwei davon. Was kann ich denn mit dem Honig machen? Ach, den kann ich so essen. Habe ich hier Kohle. Ich glaube, ich muss mal los und einfach nur sammeln. Einfach Holz sammeln gehen. Ich tue mal meine Trophäen, die ich da habe auch dazu. Aber noch keine Ahnung, was man mit dem Löwenzahn macht. Bernstein. Bernstein kommt zur Kiste. So, ich muss nämlich mal wieder essen hier. Also ich muss sagen, wenn man hier diesen Neckarschwanz da gegessen hat, oder wie das Zeug heißt, da geht die Leiste ein bisschen höher. Ah, jetzt mit der Hacke 2 können wir Boden auch erhöhen. Das ging vorher nicht. Hacke 2.0. Aber wir können Nick immer noch keinen, also wir können keinen Flug bauen. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Auch im Hammer ist nichts Neues. Dekoration. Okay, jetzt erstmal Bäume fällen. Bienen sind glücklich. Okay, das ist schön. Aber was ist, wenn die auf einmal unglücklich sind? Dann machen wir die dann wieder glücklich. Vielleicht dürfen wir nicht die Bäume drumherum abbauen und das Gras, vielleicht. Oh. Gott, nein. Oh, nein. Oh. Nee. Timber. Uh, Feuerstein schwer. Der Baum rastet aus. Oh Gott. Keinen Parkplatz bauen. Ich glaube, der... Wie kriegt man denn jetzt hier das Ding auf Stufe 3? Weil ich sehe nur das... Das hat den Hackklotz mit dem Stern dran. Was, dann mehrere Hackklätze? Oh, ich bin wieder ausgeruht. That's my job. Weißt? Ich habe auch noch Holz in der Kiste. Ja, das ist schön. Ich will aber auch Holz im Inventar haben, damit ich das immer habe. Ja, ich sage ja nur noch. Ich müsste jetzt auch erstmal Feuer steilen, damit ich mir die besseren Sachen bauen kann. Wieso geht das nicht? Mehr Map aufdecken. Das Programm wird ja abgestürzt. Also, ich gucke gleich Skorp hin. Oh mein Gott. Fucking Fenschuh Zip mit den... Mit der Brille ist doch cool. Ist aber zu weit oben. Du bist zu weit aus. Ja, ja. Hast du schon mal meine Patschis mit der Brille gesehen? Das passt auch nie. Hab ich's doch vom Stream nochmal getestet. Ich muss den mal anschreiben. Der soll mal machen, dass das besser funktioniert. Ey, mach mal. Mach mal besser. Ist da oben eine Kiste? Ist das eine Kiste? Ach nee, das ist ein Bienen-Dings. Ja, na, hau kaputt. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Vorne Treppe. Ich kann aber hier keine Treppe bauen, weil ich keine Werkbank hier hab. Programm sagt, ist gepairt, aber macht's nicht. Auch wieder schön. So. Scheiß drauf. Oder eine Leiter. Ach so, wenn du R drückst, steckst du deine Sachen weg, ne? Und dann läufst du ohne rum. Oh, nein. Wenn ich was drück? R. R. Okay. Oh, wenn du die Map aufdeckst, deckst du sie nicht für mich auf. Das ist ja ripp. Oh, das ist jetzt so ein Fortschritt. Hier liegt ein gefällter Baum. Aber wie? Ich würd halt gerne diese Bienen sammeln, ohne dass ich vergiftet werde. Vielleicht mit nem Bogen oder so. Schön mit nem Feuerpfeil rein. Ich hab aber keinen Bogen. Kannst du bauen. Wir können schon, Bogen und Pfeile können wir schon bauen. Ich konnte den nicht bauen. Ich glaub, ich hatte keinen Feuerstein oder so. Ach, Gott. Ist das jetzt hier richtig geb... Oh, ich seh nix, ey. Wo bist du denn? Ich bin in desfack. Weil ich Fackel in der Hand halten, Rauch und so. Hm. Ich hab ne Fackel in der Hand und ich bin grad am sterben. Ups. Uh. Ah. Ich seh sie da gerade sterben. Hast du das da hingebaut? Ja. Lull. Wie soll ich denn sonst hier hinkommen? Hier war ne Kiste. Voll der Aufwand. Ciao. Hier war ne Kiste mit... Da ist noch so ein Ding. Mit Bernstein wieder. Bernstein. Harz. Münzen waren da drin. Okay. Wofür auch immer diese. Mhm. Bernstein, Münzen und Feuerstein waren da drin. Es wird schon wieder Nacht. Oh no. Oh no. Oh no. Wer sagt oh no? Dennis sagt oh no. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Dennis. Oh, ich bin auch bei 220. Ich muss aufpassen. Tja, dann muss Dennis wohl nach Hause schleichen. Oh, ne Eberfamilie. Erstmal töten. Hm. Geben Leder schnipsen. Das ist wichtig. Lass mich. Das stimmt. Was ist, wenn wir ne Eberfarm hätten? Ne Eberfarm. Damit wir das Leder immer von ihr abschneiden können. Und wächst ja nach. Ja. Genau, so funktioniert Leder. Du verlierst Ausdauer, bis du auf null bist. Dann musst du Sachen weglegen. Oh krass. Oh shit. Das heißt, auch wenn du normal läufst, verlierst du Ausdauer. Und wenn die auf null ist, bleibst du einfach stehen. Ey, was willst du, Grayling? Was willst du? Was willst du? Was wollen sie? Ei, 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 ei. Ey, was willst du? Ey. Der greift mich nicht an. Das ist crazy. Weil ich Feuer in der Hand hab. Was machst du denn, du Doofnuss? Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Ich will dir doch nicht wehtun. Ich will dich nur töten. He, 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 he. Bin sehr weit von zu Hause weg. Ah ja. Richtig. Ich sollte vielleicht auch mal zurückkehren. Es ist ja Nacht. Ich fange an zu frieren. Ah! Ja, das ist nur Ausdauer. Ausdauer ist aber richtig und wichtig. Ja, Ausdauer und Regeneration ist das, ne? Du kriegst ja trotzdem Ausdauer. Nur halt langsamer. Wie bedrohlich die Musik wird? Oh, da ist ein Steinchen, ein roter. Lesen wir ihn doch mal. Dort, wo das Gras am Boden wächst. Achso, den hatte ich schon mal. Hä? Die Map ist hier aber nicht aufgedeckt. Greylinge fürchten Feuer. Ah ja. Was für Noobs. Bienen fürchten leider kein Feuer. Nee, ich glaube, Bienen waren auch die Insekten, die sich in ihr Nest zurückziehen und das so erhitzen können, dass andere Insekten sterben. Die machen es sogar richtig heiß. Wie, der Bienenstock ist leer. Wie, der ist leer. Schlafen. Oh, die machen da ja diesen Greyling, der fängt hier um unsere Bienenstöcke. Was soll das? Der will die klauen. Stehen, du Sau. Musik верin Res Left Musik 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 Bis zum nächsten Mal.